Was geht? Ich habe die erste Karte gefunden, die wahrscheinlich unterstützt wird, wenn man sie auf den ersten Blick sieht, aber von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, absolut krass ist. Ich muss dazu sagen, ich habe die Karte noch nicht im Game getestet, sondern nur im Freestyle und Werte angeguckt. Plaketten machen wir jetzt gemeinsam. Es ist eine Saphir-Karte, es ist von den Hidden Gems Jim Clemens. Ich habe den Namen noch nie gehört, ich habe den gerade im Freestyle getestet, ich werde euch gleich zeigen, was ich meine, aber eine 85er-Wertung denkt man sich jetzt erstmal so, mh. Okay. 83er Offense, 90er Defense. Wir haben einen B-Plus-3er in Zahlen nach 81. Dann haben wir 65 Dank aus der Bewegung, ich habe gerade einen Dankmieter-Dank gemacht, er kann danken. Dann haben wir einen 86er Ball-Handling, 86 ist die Grenze für besseres Ball-Handling. Wir haben 92 Perimeter, 60 Defense in der Zone, das haben die Point Guards mehr oder weniger alle. Wir haben 88 Schnelligkeit, auch 88 Tempo mit Ball, 93 Mobility, wir haben 55 Stärke, was für einen Point Guard von der Größe zu dem Zeitpunkt, denke ich, auch noch in Ordnung ist. Und jetzt wird es spannend, weil das habe ich noch nicht nachgesehen, Plaketten, 10 Gold-Plaketten ist stark. Wir haben Playmaking, Verteidigung, ja, Playmaking, Verteidigung, Werfen, haben wir leider nichts da, aber ihr werdet gleich sehen, dass der Wurf auch mehr als in Ordnung ist. Wir gehen mal zusammen in den Freestyle rein. So, wir gehen auf die Spieltaktik, wir setzen jetzt Jim Clemens ein. Der junge Mann, der sieht nicht klein aus. Habt ihr gerade den ersten Dribble Move gesehen? Und guckt euch mal den Release an. Also, wenn der nicht schnell ist, wenn der nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht. Lass mal gucken, was die Schwierigkeit hier gerade macht. Lass uns mal auf Hall of Fame gehen, weil da war ich eben auch. Der braucht keine Shooting Badges, der macht die so rein. Der Release ist butter. Butter, butter, butter. Auch wenn ich jetzt nicht treffe. Der Release ist super. Man sieht, wie smooth der ist. Man sieht, wie easy. Im Vergleich zu einem Derrick Rose, der jetzt auch keinen schlechten Release hat, aber der irgendwie da so einen kleinen Haxler drin hat, das ist schon nochmal was anderes, wenn ich die Würfel treffen würde. Ich bin immer zu spät. Und das ist mit einem 81er Dreier ohne Badges. Ohne Badges. Mit Range, aus der Bewegung. Ein schöner Jumper. Zur linken Seite auch. Ich weiß jetzt nicht, ob man diese Hidden Gems kaufen kann. Wenn man Hidden Gems kaufen kann, dann schaut man nach Jim Clemens. Ich hab, wie gesagt, den jetzt noch nicht getestet. Im Freestyle bisher nur. Noch nicht gegen andere Leute. Aber der erste Eindruck ist super gut. Der erste Eindruck ist wirklich super gut. Step Back ist mir ein bisschen zu langsam. Aber er trifft. Er trifft, er trifft, er trifft. Und das ist auch Fall of Fame, wie gesagt. Den werde ich auf jeden Fall mal testen. Die Leute werden sich richtig abpacken über den. Vor allem die Leute, die jetzt irgendwie ein besseres Team haben. Weil verteidigen wird er. Der hat eine gute Größe für den Point Guard zu dem Zeitpunkt im Game. Der wird wegverteidigen mit seinen Werten und Plaketten. Vor allem die Plaketten sind zum Anfang vom Game so wichtig. Und in der Offensive, mit dem Release, da kriegt man schon was hin. Ja, da mach ich mir gar keine Sorgen. Und zur Not verteilt er halt die Bälle und verteidigt dann. Das ist völlig okay. Also selbst, der wird dann wahrscheinlich hinter Derrick Rose von der Bank kommen. Das ist mir auf jeden Fall lieber, als dieser 1,78 Diamantspieler aktuell. Weil der hat keinen geilen Dreier. Ich komm mit dem Release von dem nicht klar. Und er kann so gut verteidigen, wie er möchte. Mit 1,78 bist du halt beim Basketball kein guter Verteidiger. Deswegen, die Karte, wenn man die irgendwie kaufen kann, guckt gerne mal nach Jim Clemens. Wenn er günstig ist, holt ihn euch einfach. Testet mal und sagt mir, was ihr von dem haltet. Weil das, was ich von dem bis jetzt gesehen habe aus dem Freestyle, das ist vielversprechend. Das ist es schon gewesen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.